So Freunde, wir beginnen das Video immer Cala Milor, die Innenstadt. Links müsste dann das Iron Diner sein, von Andreas und Caro. Schauen wir mal. Da ist das Iron Diner, von Andreas und Caro. Da ist ja nichts drin los. Da ist ja nichts los, Schöpfe an die drin. Ist doch nichts los drin. Das ist das. Das hat der vorher die Jens Büchner gehabt. Und jetzt siehst du gleich die Frau von Jens Büchner, die ist immer da. Aber da ist ja gar nichts drin los. Die mit der Halbglatze. Ja, ja. Das ist der Laden. Ach guck mal, die gehen auch hin. Ja, nee, die sind sehr speziell. Guck mal, dann eine Frau geht hin gucken. Die ist vernünftig. Ist auf, ne? Oder ist zu? Ist zu? Ist zu? Ja, kann sein, Sonntag, ne? Komm, ich guck auch mal. Weil, also sind die auf jeden Fall nicht aus dem Wändersitz. Nein. Ja. Ist geschlossen. Hm? Ist geschlossen. Nächster Haltstation. Ja, die ist die Jenny Deluxe. Die Jenny Deluxe. Die heißt so. Die hat doch den Laden. Das ist dann die Ex-Frau oder Ex-Freundin von der Jens Büchner da. Die kommt nicht gleich auf die linken Seite. Die ist eigentlich immer im Laden, dann sind die schon zu. Hier vorne links. Ist auch schon zu. Hier. Hier ist der Laden. Von wem? Schönen wir nie. Hier ist der Laden von ihr. Ist zu. Ist Sonntag, ne? Ja, ist Sonntag. Ja, ist Sonntag. Der hat doch hier alle tätowiert. Bei Good for Germany. Jens und so. Da hätten wir gleich mal anfragen können, ne? Ja. Sollt das auf? Willst du da ein Foto machen? Willst du da nicht ein Foto machen? Mama. Waren wir nicht da was essen? T-Shirts sind cool. Waren wir nicht da was essen? Hier. Wacki, wacki. Was ist das denn? Schatz, die RTL Amts wird zwar neben einem... Du hast die Krabbe schon mal im Mund gehabt. Du hast den schon mal hinten am Schwanz geknabbert. Weißt du das nicht mehr? Daneben waren die RTL... Hier fängt Karl Aminor ja erstmal an. Hier unten ist der Strand, ne? Weil geradeaus durch ist der Strand. Nein, geradeaus durch ist der Strand. Nein, das soll neben dem Hotel schon ziehen. Also links ist nichts mehr. Ich mein, da wollen wir was essen, nicht wo wir was trinken. Hier, hier beginnt das Essen, jetzt rechts runter. Mama, 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 das ist schwer zu sagen. Mama, du bist jetzt mit drauf, ne? Ja, du kannst dich bei Youtube da sehen. Ja, an die Sina. Ja, Freundin von meiner Frau, die Sina. Sollen wir auch schön grüßen? die guckt immer fleißig was ist mit dir denn nicht in Ordnung meine Frau serviert mich immer ab ich werde immer ab Boah, Lian, guck mal wie cool Hey Freunde, hier ist was los in der Innenstadt ist nicht mehr ganz so leer Nein? Ach, das geht weit Das ist doch kein Problem, das ist doch ein Schnapper So, ich mach mal kurz auf den Shop wenn die Mädels wieder rauskommen, geht's weiter So Freunde, zeig mal die erste Tasche zeig mal deinen Errungenschaft geil, perfekt Papa, nix verstehen Ach so, okay, okay Komm her, Finger weg didn't he den Hände oh, dass du�지 zumoden und ausstattet hab ich mich da komm, wär dein Haus komm, komm, danke Martin, einmal r firmen große Ich bin mal nicht. Denk mal dran an Schuhe, Robin. Wenn man die Adidas-Schuhe sehen oder so. Oder die Puma will er haben, ne? Ich habe heute nicht gedacht, dass das so voll ist. Aber am Strand, am Estrange war ja auch so voll. Von daher, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, auch ein Video gemacht hier. Da habe ich mitten drin abgebrochen, weil gar nichts los war. Da war ja ausgeschoben. Charlotte, schön an der Hand halten, ne? Dass sie wegkommt. Stefanie, willst du da mal gucken? Da, Schuhe. Ist doch stressig, ne? Aber was willst du machen? Bin ich überlegt, wie weit wir laufen müssen. Das wird nachts ein Uhr? Es hat der Papa die Tasche? Oh, ich dachte schon. Stopp! Warte, 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 warte. Da kommen Autos. War nicht letzter, vorletzter hier einer mit Pantomime? Ja, komm mal rein rein. 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 Sie bleibt bei mir, ich jetzt alle ran. Selina, hier kommen Autos. Stopp! Ja, nix kommt. So, Robin. Die Reise geht weiter. Die Reise geht weiter. Ja, wie wird ihr da? Warn aus! Alle! Warn aus. Steh dran, Charlotte. Loh. 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 Ja, Freunde, das habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Jetzt möchte ich auch ein bisschen privat, noch ein bisschen bummeln hier. Ich bleibe nicht böse, wenn ich das Video beende. Ich sage mal bis morgen.